Musik in allen Ecken der Uni. Die Nacht der Klänge ist immer etwas Besonderes. Hier präsentieren jedes Jahr viele Teilnehmer ihr musikalisches Talent in außergewöhnlicher Atmosphäre. Wie die letzte Nacht der Klänge war, das präsentieren wir euch jetzt. Jetzt werden wir ins Audimax gehen und junge Talente angucken, die Filmmusik nachspielen. Hast du sowas schon gemacht? Nein, bisher nur nicht. Das wird bestimmt richtig cool. Filmmusik ist sehr geeignet für Orchester und trotzdem populär. Gleich geht's los. Wir hatten dann die Idee dazu, vor dieser riesen Leinwand auch Filme laufen zu lassen. Die Originalfilme dürfen wir ja nicht nehmen aus lizenzrechtlichen Gründen und dann haben wir die nachgedreht mit unseren Schauspielern. Das war schön. Audimax fand ich ganz toll, Metamorphosen. Hammer, der Hammer. Audimax mit Pablo, Pablo, Pablo und Uwe. Ganz großartig. Around Ich hab das gefangen. Und dann einfach bin ich sicher. Bei der echtin, was man Universe gibt. Ver Ja 거나 Sagt Ich fand es toll, meine Tochter war selber beteiligt als Tänzerin, spitzemäßig. Ich fand es toll, meine Tochter war selber beteiligt als Tänzerin, spitzemäßig. Ich fand es toll, meine Tochter war selber beteiligt als Tänzerin, spitzemäßig.